Ich glaube, ich war etwa 4-5 Jahre alt und das war beim EHC Bülach. Per welche Squadra facevi tifo da bambino? Ja, es war mehr oder weniger ein Zufall, weil ich mal ein Trikot von Aris Ullander gewonnen hatte. Und deshalb war es einfach Zürich dann. Ja, genau wegen dem selben Grund, es war Aris Ullander. Aber das war einfach ein Zufall, weil ich sein Trikot damals gewonnen hatte in einem Spiel. Und so bin ich dazu gekommen. Nummer 34. Kein spezieller Grund, ich mag einfach die Nummer. Immer zeichnen. Sehr schwierig. Ich weiß es nicht. Weil ich meine ganze Familie im Eishockey gearbeitet habe oder gespielt habe. Ich weiß es nicht. Schwierige Frage. Vielleicht Zeichner. Wer weiß, vielleicht Zeichner, Hochbau Zeichner. Qual ist der Moment der größten Moment der Karriere? Ich habe viele schöne Momente. Natürlich, wenn man einen Titel gewinnt oder sonst etwas. Aber für mich momentan sind die schönsten Momenten, wenn meine Familie zuschauen kann, wenn ich spiele, wenn sie an die Spiele arbeiten. oder meine Großmutter ist schon 87 Jahre alt. Wenn sie an die Spiele kommen kann, das ist extrem schön. Nel Tempo libero, cosa ti piace fare? Kommt drauf an, ob Sommer oder Winter. Im Sommer, neben dem Tanning, spiele ich ab und zu gerne noch Squash. Oder natürlich hier im Tessin eine Grillata. Im Winter, ein bisschen weniger. Es gibt mehr Regeneration. So, ja. Qual ist die Sache, die du mehr möchtest von Ticino? Dass alle Leute sehr offen und freundlich sind. Qual ist dein Lieblatt preferiert? Kordon Bleu mit Pommes. Wer ist der größte Intelligenz? Sam Guerra. Wer ist der größte Zeit? Mark Müller. Er liebt sein Haarspray. Musik Untertitelung des ZDF, 2020